Okay, ich komme zu dir. Hey und herzlich willkommen zur dritten Folge von Minecraft Revenge 3. Hallo! Wir hatten eben Probleme mit dem Drauf-Jaw, wir probieren es jetzt einfach nochmal. 3, 2, 1, drauf. Nice. Ja, es funktioniert. Jo. Wenn mein Event da ist, auf dem. Ja, ich höre ein Zombie. Du hast auch Redstone gelegt, gell? So, ich schreibe mal kurz dem Admin. Jo, geht. Gut, und weiter geht's. Alter! Pfff! Warum ist es nach unten? Nö. Da ist Lava, guck. Ah, noch. Vorsicht, da sind Zombies irgendwo, gell? Ah, irgendwo. Pass auf, Lava. Alex, komm mal Rektort. Ich will meine Sachen auch da reinschmeißen. Ach. Geil. Woll rein. Woll rein. Woll rein. Woll rein. Woll rein. Wir können weitermachen. Sind wir auf Höhe 11? Ja. Hey, sieh, wir haben's. Hatte Wolf Place und so. Ja, ja. Ah, wohin wohnen wir dann? Da haben wir gegen Vorsicht Lava. Ups! Was? Was war das jetzt? Nein, ich hab mein... Auf einmal meine Tierspitzhacke. Ach, meine Tierspitzhacke. Nein, die Eisenspitzhacke ist einfach gedroppt. Hast du noch Iron? Achso. Warte. Hä? Was machst du? Na, hab ich nicht mehr. Hast du keinen Iron mehr? Nein, warte. Danke. Geil. Du hast sie wieder aufgenommen. Aufgenommen. Komm, die ist einfach. Ich baue hier den Block ab. Auf einmal droppt mir die Spitzhacke weg. Einfach so. Jo. Na ja. Alex, wir sagen wir gehen hier lang, oder? Da wo wir die... Gute Idee, ja. Wo wir die Dings gesehen haben. Hier hoch? Ja. Hier hoch? Und hier oben und hier oben dann weiter, oder? Ja, sicher. Ja, sicher. Wir waren aber auch schon. Echt? Ja, so. Ja, dann bauen wir uns hier lang weiter. Hier ist Lava. Hier ist Lava. Hier ist Lava. Hm. Mach mal hier ist Strip Mining mal hier lang, ok? Wo ich bin. Ich baue wieder nach hinten und du baust wieder rein, ok? Ja, sicher. Wir brauchen unbedingt noch ein paar Dias. Der ist ja natürlich optimal. Ja. Hast du schon geschaut, ob wir auf Schupe 11 sind? Wir sind auf 11, ja. Ok, cool. Ja. Ja. Hier rutscht Kies nach. Dann guck mal, ob hier irgendwas ist. Ich will Reds in irgendeinem Grund, aber... Oh, ich habe Lapis. Das brauchen wir jetzt zum Verzaubern? Ja. Also in der Version schon. Du brauchst in jeder Version, brauchst du Lapis zum Verzaubern. In 1.7 hoffe ich es nicht. Brauche ich jedenfalls. Oh, hier ist eine Höhle. Haben wir uns jetzt einmal im Kreis gebuddelt? Gute Frage. Eigentlich nicht. Hier war aber schon jemand. Sieht man. Da ist ein Zombie hier. War zumindest eben einer. Ok. Weg. Keine Lust mehr gehabt. Ja, hier waren wir. Oh ne, hier drüben ist aber noch Iron. Da ist noch Lapis. Baust du das Iron ab? Oder das... Na genau, geh du da hin. Bau das Iron hier drüben ab, ok? Mach das ja. Mach das ja. Ok, Lapis war nicht. Aber braucht er nicht so mehr. Iron brauchen wir aber. Jupp. Oh, da ist noch mehr Iron. Ok, hier ist noch keiner weiter gegangen. Cool. Hey, da ist ein Zombie. Oh, oh. Boom. Coverstone. Achso, ja. Achso, die dritte Folge. Muss aufpassen. Ja, ja. Ich lösche immer schon vorher. Wo ich hier irgendwas mache. Ja, das ist Lava. Achso, ja. Da ist alles voller. Coverstone. Das Iron liegt trotzdem daneben. Ja, die haben irgendwie das Iron nicht eingesammelt. Alex, hast du Dings dabei? Kohle? Ja. 3-3. Dann müsstest du dann mal rüberkommen zu mir. Ja, warte. Ich schaue da noch ein bisschen. Wow, what the fuck. War ich denn? Ich hab Dias. Cool, cool. Okay, ich komm zu dir. Ja, Lava ist nicht so wichtig, oder? Nö. Lava ist Hammer ja genug. Mhm. Ja, wenn die anderen da drüben waren, geht davon aus, dass es keine Dias ist. Warte, ich mach mal hier Wasser. Guck mal, ob hier drüben Lava ist. Da ist Lava, ja. Da ist noch mehr Dias. Nice. Oh. Oh, guck mal drüben. Ne, guck mal. Ich hole mal, dass hier drunter keine Lava ist. Nein. Nice. Gut, ich hab neun Dias. Die Dämpfe oder die Dämpfe? Na? Hast du das geholfen? Ja, hab ich da eine Dämpfe. Oh, sorry. Irgendwas soll ich machen. Ja, oder? Weiß ich nicht was. Ja. Ja. Ja, cool. Also. Hier ist ne Höhle hier dahinter. Oder ne, da hat sich jemand lang... Hier da haben sie ge... Ach. Gebaut. Ja, ja. Ich komm jetzt nicht drauf. Sagt ihr Bescheid, wenn ich aufs Wort komm. Okay, ja. Wir waren auf jeden Fall welche und haben gestript mined. Hier drinnen. Machen wir mal durchgucken. Vielleicht finden wir ja noch was. Haben wir ja jetzt eben auch. Wir haben ja auch eben Dias gefunden. Hm. Das ist sehr preisen. Also jetzt haben wir genug Gabel. Von Ambos auch. Ah, nein. Von Ambos haben wir noch nicht genug. Definitiv noch nicht. Ja, wir haben da drinnen zur Zeit... Ähm, ziemlich viel am Rücken. Ich hab welches rausgenommen jetzt. Aber wir brauchen definitiv mehr Eisen. Okay, warte. Machen wir gerade Eis. Okay, hier ist die Workbench, wo wir vor allem abgebogen sind. Geh mal hier mal... Geh mal hier mal... Geh mal hier mal... Warst du hier oben? Hier oben warst du ja eben, gell? Ja, da ist ziemlich viel Eisen noch. Geh mal links. Stimmt. Aber ich geh nach links. Also. Wir brauchen Eisen und noch paar Dias. Dias wär nicht schlecht. Wenn eine Diabrus... Eine Diabrusplatte in der dritten Folge sei nicht ganz okay. Der ist ziemlich gut, ja. Also in der dritten Folge hab ich glaube ich... Na gar keinen angefunden. Haha. Ich spiel mal Dias an. Wieso hast du keine Dias gefunden? Ich hab ich glaube in der fünften Folge meinen ersten angefunden. Okay. Aber nur einen. Hier oben war auch noch keiner. Aber hier geht's auch wieder hoch. Wir wollen ja runter. Ja, stimmt denke ich. Ja, bleib unten. Dann machen wir unten Strip Mining. Mhm. Brauchst du noch Kohle oder haben wir genug? Ich hab 27. Da unten ist ein Creeper. Vorsicht. Creeper? Ja schon. Hi Linda. Hä? Da ist schon tot. Da unten ist auch ein Skelett. Ich geh drauf. Der Sound. Naja, ich hab ihn. Wo sind wir hergekommen? Sind wir von links oder von rechts gekommen? Von rechts gehört. Ne, wir sind hier lang. Hier lang gehen wir jetzt. Gucken. Machst du eigentlich eben noch 15 Iron. Du hast 15 Iron? Mhm. Gute Idee. Ja, Spitzhacken sind immer gut. Ich würde aber uns dann auch erstmal Full Iron machen. Ich bin schon Full Iron, glaube ich, oder? Ja. Ich noch nicht. Nein, lass stehen, lass stehen. Okay. Hast du noch Iron? Ja, kann dir geben. Warte. Ah, ich hab. Okay, ich hab schon. Da stehen wir schon. Baust, der baut Erde ab. Okay. Yo, yo. Wo bauen wir weiter? Hier lang. Ich brauch hier lang. Gut. Zwei Dia's gehen drauf für den Zaubertisch. Haben wir noch sieben. Ähm. Brauchen wir noch ein Dia. Brauchen wir für Brustplatte. Achso, okay. Für die erste. Ja. Und dann können wir uns darüber streiten, wer die macht. Ob ich mir die mache, oder ob du die die machst. Ja, in der dritten Folge darfst du sein. Achso. Ja. Ja. Bei mir ist die Sterbgefahr höher, meinst du? Ja. In der 12. Oder so darf ich sein. Erde, ey. Was will ich mit Erde? Ja, ne. Zwei Lapis auf Wand. Ja, ja. Kannst du machen. Ja, ja. Zwei Lapis auf Wand. Kannst du machen. Ja, ja. Kannst du machen. Ja. Das ist ja warm. Was denn? Ich finde immer unsere eigenen Gänge gegangen. Ja, ich auch. Deswegen müssen wir, glaube ich, hier trotzdem mal weg. Ja. Alex, wo bist du? Ich bin da im Streetman. Ich sehe dich nicht. So, Iron. Auch fertig. 13 Iron habe ich jetzt hier. Sehr cool. Wo bist du? In Richtung von den Helmen. Okay, da ist das Redstone, wo du gebaut hast, gell? Ja. Ja. Drei Minuten, ne? Ja. Wie auch. Bau du gerade aus. Ich baue hinter dir. Ja, pass. Also die Zeit ist schnell vergangen. Ja, ja. Wie immer. Hey, da ist eine Hülle. Echt? Ja, aber da war ich. Pff. Bauen wir uns wieder im Kreis, ja? Ja, ja sicher. Aber ich bin da nicht entlang gegangen. Da sind wir zwei Zombies entgegengeschwommen. Und dann. Achso. Lab ist auf jeden Fall noch gut. Wie viel Lab hast du? Ich habe 33. Ich habe mehr als ein Stack. Jetzt Stack reicht, mehr brauchen wir nicht. Mhm. Iron brauchen wir noch, ja. Ja, ja, Iron brauchen wir. Iron brauchen wir. Iron brauchen wir. Das sieht davon aus, dass hier die Stoffe abgesetzt. Ist da auch noch Lapis? Ich baue gerade Lapis angekommen. Ne, ich bin da lang, wo du vorhin lang gebaut hast. Ah, ok. Das Cubblestone habe ich nicht hinbaut. Ne, ich auch nicht. So, ist die Folge auch schon. Ah, ich habe Gold. Nice. Der erste ist Gold. Ah, Gold. Stimmt. Ey, es ist gerade wieder zu joinen. Ich dachte, ich habe es gesehen. Hey, eine Frage. Ja. Na, das hat er gerade geschrieben. Das ist auch einer. Auch im Admin. Darf ich euch zuschauen? Leben noch im Bremen. Ey, wieso will er uns zuschauen? Äh, ne. Ich soll gar nicht gucken. Ey, war gerade Gold am Grund, gell? Du hast auch Gold gefunden? Mhm. 31 Sekunden, wo bist denn du? Ich bin da lang, wo du vorhin gesagt hast, die sind Zombies entgegengeschwommen. Ja, ok. Dann komme ich zu dir. Ich komme gerade wieder runtergelaufen zu dir. Ah, haust du noch die Öfen stellen lassen, oder nicht? Nein, nein, die habe ich hier. Ja. Ok, jawohl mal. Ah, Gold schmerzen. Ja, ja. Warte, warte. Sehen. Ich habe keine Kohle mehr. Mach du mal Kohle rein, bitte. Ich mache hier Iron rein und da drüben Gold. Ja, geil. Jetzt ist die Zeit vorbei. Ja. Du hast du Kohle reingelegt gehabt noch zum Schluss? Ja, habe ich noch reingelegt. Aber mein Gold noch reingelegt. Achso, ja, ich habe Gold drin, das ist kein Sinn. Ok. Gut Leute, das war es mit der dritten Folge. Ich habe überlebt. Haben wir die erst gefunden? Ja, du hast einen gefunden. Gut. Nice. Wir sehen uns dann in der vierten Folge wieder. Haut rein und ciao. Tschüss. Danke fürs Zuschauen. Falls dir die Runde gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Vergesst nicht einen Kommentar da zu lassen und zu abonnieren. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Hofschmeyer. Tschüss. Tschüss. Pizza Leute.